Hallo zusammen! Ein Dreher in Streckenabschnitt 1. Achte auf die gelben Flaggen! Ein Dreher in Streckenabschnitt 1. Achte auf die gelben Flaggen! Paul Breer! Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 1. Ein Dreher in Streckenabschnitt 1. Achte auf die gelben Flaggen! Ein Dreher in Streckenabschnitt 1. Achte auf die gelben Flaggen! Ein Dreher in Streckenabschnitt 1. Achte auf die gelben Flaggen! Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 1. Ein Dreher in Streckenabschnitt 1. Achte auf die gelben Flaggen! Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen! Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen! Ist aus dem Rennen! Irgendwo in Streckenabschnitt 1! Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen! Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen! Faul! Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen! Dean Barrow! Ist aus dem Rennen! Irgendwo im Streckenabschnitt 2! Jack Beerman! Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 2. Robert Menden! Ist aus dem Rennen. Irgendwo im Streckenabschnitt 2. Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 2. Kommen! Ist jetzt vierter. Direkt vor Ort her. Du bist jetzt Fünfter. Das ist die letzte Runde. Nicht anhalten. Giurino-Giurini hat ein Rad verloren. Support to go. Ist aus dem Rennen. Irgendwo im Streckenabschnitt 3. Giurino-Giurini ist ausgeschieden. Drüben im Streckenabschnitt 3. Er hat ein Problem. Sein Motor qualmt. Er ist aus dem Rennen. Sein Motor ist hochgegangen. Er hat ein Problem. Ron Flapark ist aus dem Rennen, irgendwo im Streckenabschnitt 2. Piero Scotti ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 2. Du hast gewonnen, gut gemacht! Juan Manuel Fangio beendet das Rennen auf dem zweiten Platz. Cattellati wurde dritter. Peter Collins beendet das Rennen auf dem vierten Platz. So, das Rennen ist vorbei. Sehen wir uns das offiziell... ... ... ... ...